Tatsächlich finde ich zum Beispiel schon seit immer irgendwie so eine Stereo-Beschallungsanlage ist immer begrenzt und habe tatsächlich selber davor schon ein paar Sachen in 3D gehört, ja, aber den Impuls, das war ein Vortrag von zwei anderen Studenten, die waren auch im Master. Ich habe erst mal angefangen damit, dass ich ein System wollte, was 3D kann. Mein erster Plan war, ich baue mir zwei Ringe aus Lautsprechern, nicht mehr, und wollte erst am Anfang jeweils 16 Lautsprecher machen pro Ring, weil das war das, was an Material relativ einfach noch verfügbar war. Das sind alles aus dem Umkreis zusammen geliehene Sachen. Das ist zwar nicht so, dass ich einen Supplier habe oder einen Boxenhersteller, der mit allen Boxen einmal herräumt, weil es für ihn ein großes Aushangschild ist, sondern wir haben geguckt, welche Verleiher haben Material und wer kann was dazu beisteuern. Und der Gedanke kam dann einfach daher, das System dann sinnvoll zu lösen und auch vielleicht wirtschaftlich irgendwo, dass man sowas auch mal irgendwie wieder umsetzen könnte. Und es hat sich dann doch noch ergeben, dass ich mehr Lautsprecher bekommen habe und deswegen habe ich dann die Idee gehabt, da noch die Deckenebene hinzuzufügen. Und im ersten Plan hatte ich auch alle unteren Lautsprechern nur auf Stativen stehen, was aber die Bewegungsfreiheit eines Gastes schon einschränkt irgendwo. Und deswegen haben wir dann zwei Ringe gebaut, also zwei Achtecke. Ringe aus Drass, wirklich runde Ringe wären noch ein bisschen komplizierter. Die Boxen sind erstmal das eine. Wir brauchen natürlich für jede Box eine einzelne Endstufe, weil der Prozessor immer jede Box einzeln ansteuert. Und da habe ich jetzt zweimal zwei 32-Kanal-Inosonics Endstufen im Einsatz und dazu halt dann Seeburg-Lautsprecher. Da habe ich 20 Seeburg-Lautsprecher A6 und dann 20 Seeburg-TSM8 und dann noch vier TSM10 als Decken-Lautsprecher. Und beim Bass haben wir, weil die Flugmöglichkeit von den Seeburg-Lautsprechern für uns nicht ausreichend genug war, haben wir uns entschieden, ein D- und B-Y-Bass-Array einzubauen, was man schöner auch über den Kopf fliegen kann. Wir haben das Bass-Array wirklich auch mittig im Raum platziert, damit man auch wirklich eine klare, wahrnehmbare Ortung mittig im Raum hat und nicht irgendwo am Rand. Oder dass der nicht von der Seite geflogen wäre, sondern dass wir wirklich den klaren Punkt haben. Die Anbahnung mit Astro Special Audio, die ist jetzt so verlaufen, dass wir über das Fraunhofer-Institut uns da abgesprochen haben und dass mir da Kontakte vermittelt wurden und dass die Projekte dort sehr Anklang gefunden haben und das für die auch sehr interessant war. Es ist ja doch ein modulares System und es ist dadurch aber auch ein sehr flexibles System und man kann sich sehr viele Sachen auch mit verschiedenen Komponenten selber bauen. Man kann das System in dem Sinne, man kann es viel kleiner bauen, aber dann hat man auch eine viel kleinere Hörzone. Man kann es auch natürlich noch viel größer bauen, muss dann aber wahrscheinlich, was Messtechnik angeht, noch ein bisschen mehr Zeit wieder investieren, damit man auch wieder rumläuft und die vielen Positionen dann wieder guckt, dass die alle passen. Im Prozessor, dem ist es am Ende egal, welches Boxensetup er bekommt. Er erkennt, welche Signale kommen und wie die Signale bewegt werden sollen. Und er rechnet das auf jedes neue Boxensystem einfach aus. Genau, wir haben das Herzstück, das ist unser Astro Spatial Audio. Sarah Engine 2 Prozessor, der berechnet alle Eingänge, also er berechnet für alle Eingänge ihre Ausgangsposition im Raum und der kennt wirklich jeden Lautsprecher, wo der ist. Der kennt das EQing von den Lautsprechern, der kennt das Leveling und der berechnet uns am Ende den Hauptanteil der ganzen Veranstaltung. Man hat in dem Prozessor einen EQ drin, einen 31-Band-EQ, den haben wir jetzt in dem Sinne nicht benutzt. Wir haben im Prozessor jetzt nur das Leveling gemacht, also wir haben alle Pegel nur angeglichen. Wir haben in der Endstufe direkt, die hat eine DSP-Einheit drin, die hat fünf Filter, die kann man einzeln auswählen. Da haben wir jetzt die ganzen Filter gesetzt, um das System in sich stimmig klingen zu lassen. Das war so der Ansatz. Wir haben den Ansatz so verfolgt, dass wir den Prozessor weniger rechnen lassen wollten, dass die Endstufen den anderen Teil machen und dass der Prozessor ein bisschen mehr Headroom hat in dem Sinne und da besser rechnen kann. Wir arbeiten prinzipiell eigentlich an einem Mischpult. Da haben wir eine Midas Pro 2 und darüber mischen wir die Band und die Vorband und eigentlich alles im Prinzip in den Lautstärken. Wir gehen dann über Direct Out direkt in unseren Prozessor. Das Ganze machen wir über Dante und im Prozessor legen wir dann an, welche Soundquellen wir haben und wir platzieren die in unserem Raum. Das heißt, wir haben einen Prozessor, der wird von einem anderen Computer ferngesteuert und der Prozessor, der wird über ein Webinterface sozusagen angesteuert und da hat man eine IP-Adresse, gibt das ein und im Prozessor selber wird dann eine Lautsprecheranordnung hinterlegt mit einer Pegeldifferenz. Und dann weiß sozusagen der Prozessor, wo jeder Lautsprecher sich im Raum befindet und kann dann sozusagen die Zustände mit berechnen. Dann haben wir hier einmal zum Beispiel unser 3D-Modell und da können wir drinnen rum scrollen und können uns das angucken und wissen, dass das auch dann passt in dem Sinne, wie wir das auch in real gebaut haben. Gehen dann in das andere Tool. Wir haben sozusagen den Assistant-Modus, wo wir das erstmal alles bauen und dann haben wir einen Production-Modus, wo wir dann wirklich die Schallquellen platzieren und auch bewegen können. Das können wir wirklich dann, hier haben wir ein Touch-Display, können wir mit dem Touch-Display wirklich die Soundquellen dann frei bewegen und können die auch in verschiedenen Höherebenen bewegen. Wir sehen hier in der unteren Ebene Lautsprecher liegen und in der oberen, die sind hier eingezeichnet. Man muss natürlich immer wissen, welche Bezeichnung was ist. Und dann haben wir in der Mitte noch unsere Decken-Lautsprecher und den Subwoofer platziert und können dann sozusagen auch den Sound dann komplett oben drüber bewegen in einer Kuppel. Wir stehen jetzt nicht im Zentrum, deswegen können wir die Lautstärke allgemein auch gar nicht so gut einschätzen. Deswegen passiert hier eigentlich die große Teil der Mischung, dass das Lautstärkeverhältnis ausgewogen ist, dann doch über Kopfhörer oder müsste sich dann was Kleines wieder aufbauen. Und die ganze Band spielt tatsächlich selber über In-Year-Monitoring, weil tatsächlich es gibt schon irgendwie einen gewissen Versatz noch. Die Prozessoren sind noch nicht so schnell genug, dass wir doch irgendwie ein paar Millisekunden Latenz haben. Deswegen müssen die, wenn die wirklich on-time miteinander spielen wollen, direkt In-Year-Monitoring bekommen. Und der Zuschauer merkt wahrscheinlich diesen kleinen Versatz nicht so sehr. Und daher kommt es, dass wir allen auch In-Year-Monitoring verpassen. Nicht nur deswegen, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir, wenn wir noch Wedges auf die Bühne packen, dann sind es noch mehr diffuse Schallquellen, die da unseren Raum noch mehr kaputt machen. Und deswegen versuchen wir dann noch, das nach dahingehend auch kompakter zu halten. Wenn es total perfekt wäre, bräuchte ich mal kein Monitoring, aber wenn ich mir das selber vorstelle, als Musiker oder als Sänger, dass sich meine Stimme um mich selber herum bewegt, dann würde sich das schon komisch für mich anfühlen und ich wüsste manchmal vielleicht nicht, ob ich wirklich richtig dann wäre. Und deswegen würde ich dann, glaube ich, lieber klar hören, dass ich auch an der richtigen Stelle bin. Die Software von Astro Special Audio ist eine browserbasierte Oberfläche. Da können wir wirklich, wenn wir jetzt ein Touch-Display haben, das direkt anpacken, können auch mehrere Sachen anpacken und können die live im Raum bewegen. Wir können Automation schreiben, können die Timecode gebunden am Computer mit dranhängen haben. Am Computer habe ich jetzt ein LTC mitgelaufen, weil ich habe ein paar Sachen, die ich automatisiert habe. Und dann startet die Automation in dem Sinne, wo wir uns im Computerprojekt befinden. Die Signale, wenn wir jetzt Live-Signale haben, kommen die jetzt von der Bühne. Da haben wir auf der Bühne eine digitale Stagebox stehen. Die geht direkt erstmal ans Mischpult. Und das Mischpult hat einen Clark in Technic Network Bridge eingebaut. Da wird das Ganze vom Midas-Protokoll in ein Dante-Protokoll konvertiert. Und dann gibt der Converter uns das Ganze in unser Dante-Netzwerk. Wir haben hier einen Gigabit-Switch, haben da jetzt unsere Endstufen dranhängen. Die sind ja direkt über Dante angesteckt. Dann haben wir noch im Decken noch eine Stagebox eingebaut, die auch nochmal dann Analog-Signale auf ein paar andere Endstufen ausgibt. Und haben hier genauso dann im Dante-Netzwerk den PC mit drin hängen. Über den machen wir auch noch eine Aufnahme. Und dann haben wir natürlich den ZARA Engine 2 von Aster Special Audio noch eingebaut. Und der berechnet dann die ganzen Signale, schickt sie dann zurück und schickt sie dann sozusagen an die Endstufen direkt auf die Kanäle hinaus. Ich habe versucht, das Rig hier so groß wie möglich einzubauen, weil man ja immer noch bedenken muss, man muss eigentlich in der ersten Hörentfernung schon von der Box, sagen wir mal, 1-2 Meter eigentlich entfernt sein. Wenn man unter der Box drunter steht, dann funktioniert dieses 3D nicht. Einen gewissen Abstand braucht es. Selbst hier finde ich, dass wir eigentlich noch weiter weg müssten. Aber die Bühnengröße gibt es leider nicht noch mehr her. Aber wenn man in der Hörzone steht, dann ungefähr diesen 2 Meter von der Box entfernt, dann funktioniert das 3D dann schon sehr gut. Du merkst, dass die Sounds sich um dich herum bewegen. Du merkst, dass was über dir drüber ist. Damit soll es ja so sein, dass es unabhängig ist, dass du sich auch bewegen sollst während des Konzerts. Und auch einfach mal erforschen sollst, was passiert. Wir haben es jetzt so aufgeteilt, wir haben alle Kanäle erstmal im Pult anliegen. Das ist, wenn man jetzt studiummäßig denken würde, würde man denken, wir machen uns so viele Kanäle wie möglich und nehmen alles mit, was geht. Wir haben festgestellt, währenddessen wir uns das erarbeitet haben, dass es nicht so viel Sinn macht, sich unglaublich viele Kanäle da aufzustecken, weil das macht es nur unpraktischer. Wenn wir beispielsweise eine Snare oben und unten mikrofonieren, ist das für uns schon in der Live-Branche sinnvoll gewesen. Aber da denken wir immer in einem Stereo-Feld sozusagen und wollen natürlich da einen ausgewogenen Sound hinbekommen. Tatsächlich, hier müssten wir immer sagen, wir haben ein Snare-Signal zum Beispiel und müssten das gleiche Snare-Signal, die untere Snare, immer gleichzeitig mitbewegen im Raum, damit auch der Sound da einen Sinn ergibt. Sonst wird das auch im Kopf irgendwie unsinnig. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann gibt es nur ein Mikrofon von oben. Und viele Sachen gibt es einzeln. Synthes machen Stereo im 3D nur bedingt Sinn. Und die machen viel mehr Sinn, wenn die wirklich von einer Position kommen, weil man kann die ja bewegen. Das ist ja auch der Punkt, den man ja auch machen will. Man will ja die Sachen live bewegen und will, dass sich Sachen ja um den Zuschauer herum bewegen. Und deswegen sind Stereo-Sachen, die funktionieren da nicht ganz so gut. Man kann immer noch mehr machen. Man kann noch die Zwischenposition zwischen den Deckenlautsprechern noch erweitern. Aber das ist immer die Zweckmäßigkeit, die man irgendwo sehen muss. Macht das noch Sinn oder macht das keinen Sinn mehr? Man könnte den unteren Ring noch deutlich erweitern. Der untere Ring macht tatsächlich das meiste. Und die oberen Sachen, die lassen wir den Sound ja über dem Kopf wegfliegen. Das ist ja so der Plan. Aber vieles passiert in der unteren Hörzone schon. Und das ist, denke ich, auch so ein Ring, wenn man den so irgendwo aufbaut, könnte man damit schon ein tolles Konzert machen und würde Verdeckenlautsprechern hinzufügen. Ich denke, das ist nach wie vor, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wenn wir jetzt unsere 44 Lautsprecher plus Bass haben, das ist schon investitionsmäßig schon viel Geld, was man im Vergleich dazu sehen würde, wenn man jetzt links, rechts eine Line-Rail hinhängt und dann eine ganz andere Beschallung machen. Was natürlich für den, für den, der so eine Veranstaltung machen will, natürlich auch ein anderer Bedenkenpunkt meistens sein kann. Dann einfach ein normales Beschallungssystem, was ja erfahrungsmäßig funktioniert und wo er nicht vier Tage noch aufbauen muss dafür. Und das ist, glaube ich, so manchmal noch der Knackpunkt, dass man auch so was zügig aufbauen können müsste, sozusagen. Ich glaube, der richtige Einsatzzweck ist wirklich der Knackpunkt, dass man dem Zuschauer auch das etwas mehr geben muss oder sollte. Und dass es nicht nur, wir machen jetzt aus Stereo 3D auf einmal, dass es auch einen Mehrwert bietet. Und wenn es den Mehrwert bietet, ist es das auch wert, darin gehend auch das weiterentwickeln zu lassen oder auch so nutzen zu können solche Systeme. Aber wenn wir einfach nur irgendwas abscalen würden, wie wir es mit manchen Videoformaten für zu Hause schon haben, dann ist es nicht wirklich den Mehrwert wert und dann würde sich das auch nicht durchsetzen. In dem Theaterkosmos ist es total interessant, weil wenn wir jetzt Musiktheater haben, wenn man wirklich dahin geht, dass wir dann den Saal beschallen und den Saal mit ortbaren Systemen beschallen, dann wird es eine interessante Sache und dann wird es auch sinnvoll. Für mich kann ich mir das vorstellen, ich komme tatsächlich eher aus der Live-Richtung viel Livemusik. Ich kann mir das für elektronische Musik unglaublich gut vorstellen, wenn man das sehr gut einmisst, so ein System, dass das sehr spannend wird und da wirklich noch mehr Soundfeld bietet irgendwie. Bei elektronischer Musik hat man wirklich den riesen Vorteil, da passiert nicht so viel Akustik auf der Bühne, nicht so viele Verfälschungen. Ich finde natürlich viele Verfälschungen auf der Bühne gerade spannend, weil das gehört zum Leben dazu, dass wir nicht nur ein perfektes Abbild von irgendwas haben.